Ich bin der Fabio Oetmeier. Ich mache die Lehre zum Prozesse-Techniker in der Miba in der Kirche. Meine Lehre ist sehr spannend, weil ich an vielen verschiedenen Maschinen arbeiten kann. Ich bearbeite viele verschiedene Stoffe, zum Beispiel Aluminium oder Streu zu fertigen Produkten. Meine Ausbilder sind sehr nett und unterstützen mich die komplette Lehrzeit durch. Mit meiner Lehre habe ich gute Möglichkeiten in der Firma einiges zu erreichen. Mein Ziel ist, dass ich Teamleiter oder Lehrlingsausbilder werde, weil ich jetzt schon sehr unterstütze. Das coolste war die Weihnachtsfeier, die ich zum ersten Mal gehabt habe, weil da alle Lehrlinge von allen Standorten zusammenkommen und einen gemütlichen Offentag und einen schönen Abend verbringen. Ich betreibe da, dass ich meine Ziele erreiche und ein Kollege sein kann, dem was man um Unterstützung bitten kann. Die Miba kümmert sich um uns Lehrling stark. Gibt uns auch für spätere Leben aus, dass wir alleine auf Maschinen arbeiten können. Wir haben einige Benefits, zum Beispiel auch verbilligtes Essen in der Kantine, was immer sehr gut ist. Unsere Mission Technologies for Cleaner Planet. Und was ist dein Mission? bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.